Was? Schon 3 Millionen Menschen haben den Tesla Cybertruck vorbestellt? Hä? Und? Ja, das habe ich mitbekommen. Ich war gerade auf der Tesla-Webseite. In Amerika kann man den Cybertruck für 100 Dollar vorbestellen. Krass! Ja, stimmt. Die 100 Dollar sind sogar rückerstattbar. Oh, du checkst gar nicht, wie wild das eigentlich ist, oder? Was meinst du? Naja, aus 3 Millionen Vorbestellungen mal 100 Dollar ergibt sich ein zinsfreier Kredit von 300 Millionen Dollar. Einfach mal so. Das ist wohl die Macht, die Tesla innehat mit ihrer weltweiten Community. Und wenn wir davon ausgehen, dass auch wirklich alle Vorbestellungen zu einem Kauf führen, dann wären das bei dem aktuellen Preis von 40.000 Dollar 120 Milliarden Dollar.